Radio Berlin 88.8 Hey Music mit Jürgen Jürgens Es ist ja eigentlich schon gar nicht mehr wahr, wann es mal angefangen hat, in den wilden 80ern. Blickt ihr da gerne zurück? Wir hatten ja letztes Jahr im Februar unser 30-jähriges Dünnjubiläum gefeiert. Und der Rückblick, der hat richtig Spaß gemacht. Das war eine Party, zwei Stunden lang Musik, drei Stunden sogar, zwei Stunden. Wir haben drei Stunden Musik gemacht mit Freunden aus der ganzen Zeit. Also da kam ein Déjà-vu nach dem anderen, weil du stehst vorne auf der Bühne, blickst dich um und auf einmal bist du wieder im Jahr 89 so ungefähr. Und auch durch diese ganzen Zeiten zu laufen, musikalische Wege, also das war schon toll. Also ich lebe nicht in der Vergangenheit, das nicht. Aber ich blicke natürlich auch gerne zurück, weil das, was wir erlebt haben, schon völlig verrückt ist für drei Jungs aus dem Schwäbischen, die dann aus einem kleinen Dorf kommen letztendlich und die Welt gesehen haben durch die Musik und nach wie vor noch Dinge erleben, die sie sich nicht vorstellen konnten früher überhaupt mal. Und das ist dann natürlich auch immer verbunden mit der Vergangenheit, weil das ist ja eine Historie, aus der wir kommen und die uns eben dahin gebracht hat, wo wir heute sind. Das Faszinierende für mich ist ja, dass, wenn man das neue Album sich anhört, dass es nicht so ist, dass es jetzt was anderes ist, sondern es schließt nahtlos daran an, so wie die großen Hits damals gewesen sind. Und ich frage mich, bei vielen erwartet man ja, die müssen sich entwickeln, man muss irgendwie anders klingen, es muss irgendwie so einiges, was Schönes. Man möchte ja auch, dass heute da ist, dreht es nicht anders klingt, als wir sie damals irgendwie erlebt haben. Trotzdem ist es sicherlich eine Frage, die sich eine Band stellt, wenn sie ein neues Album macht, wie weit entfernen wir uns von dem, was die Menschen an uns zu schätzen gelernt haben. Wir haben sehr viel probiert in unserer Karriere bisher. Schöne Dinge erlebt, schlechte Dinge erlebt, also auch mit unserem Ausprobieren, dass die Fans da nicht so ganz angetan waren von. Als wir jetzt die neue Platte gemacht haben, hatten wir uns schon vorgenommen, dass wir so die Klangwelt nehmen, die wieder etwas dunkler ist, weil die letzte Platte war schon sehr sonnig im Vergleich dazu. Und wir wollten eigentlich mehr wieder in unsere Ursprungsstimmung, in der wir einfach auch leben, nämlich schon diese Melancholie, dass die wieder mehr Einzug hält in den Sound. Und das war eigentlich schon das vorgegebene Spektrum an Möglichkeiten. Und da haben wir uns dann auch hinbewegt letztendlich. Also die Songs gehen in diese Richtung, also inhaltlich als eben auch musikalischer Wege. Und dann eben auch die Produktion von Heiko und von Jochen. Das war dann schon klar abgesteckt, wie wir das haben wollen. Aber es ging eigentlich gar nicht darum, zu klingen wie, sondern das ist unsere Farbe, die wir lieben, in der wir uns wohlfühlen und wo wir auch wissen, wo sich sehr viele Leute wohlfühlen. Und das ist keine Anbieterei, sondern das ist unser Geschmack. Und dass es natürlich dann, dass es jetzt so schön geworden ist, konnten wir im Vorfeld auch nicht wissen, aber wir sind alle wahnsinnig stolz darauf, dass es jetzt diese Platte dann doch so in sich schlüssig und rund geworden ist. Das hätten wir am Anfang eigentlich nicht gedacht. Es sind erstaunlich viele sehr softe, auch langsame und vor allen Dingen sehr emotionale Titel dadurch drauf, was man vordergründig eigentlich immer nicht glaubt, dass so elektronische Musik auch so gefühlvoll sein kann. Ja, aber das sind wir. Also wir lieben und leben so Musik. Musik hat eine enorme Emotionalität für mich, wenn mich emotional nicht berührt, dann kann ich damit auch nichts anfangen. Und das ist natürlich für mich auch die höchste Qualitätseinstufung, wenn ich einen Song schreibe. Ich höre den Song bestimmt tausendmal, wirklich ungelogen. Ich höre ihn mir immer wieder an. Und wenn ich diesen Moment nicht habe, wo es mich so kickt, dass es mir wirklich dahin geht, dass ich anfange fast zu weinen, teilweise sogar anfange zu weinen, weil ich dankbar dafür bin, wie schön das geworden ist. Das hört sich von mir aus bescheuert an, aber es ist wirklich so. Ich fühle da eine ganz tiefe Dankbarkeit in mir, weil ich sehe das nicht als selbstverständlich an. Wenn ich dieses Gefühl erreiche, dann weiß ich, okay, das ist gut. In meinem Sinne gut. Das ist das, was ich ausdrücken wollte in diesem Moment. Und das habe ich dann erreicht. Dankbarkeit ist ein schönes Wort im Zusammenhang mit Karrieren prinzipiell. Viele haben oft vergessen, dass sie auch dankbar sein müssen für einen ersten Erfolg. Und wenn es nur ein sogenanntes One-Hit-Wonder ist, man kann ja doch eine ganze Menge daraus machen. Und dass auch die Menschen, die so einen Titel oder solche Titel dann in ihr Herz geschlossen haben, die auch immer gerne wiederhören. Also manchmal gibt es ja so Live-Veranstaltungen, wo dann sowas immer nur so nebenbei noch abgefertigt wird und man ganz viel die neuen Sachen unbedingt spielen muss. Was ja klar ist, der Künstler möchte auch gerne die neuen Dinge. Aber man sollte auch immer die Erinnerungen der Fans nicht gänzlich außen vor lassen. Und das spricht eben auch aus so einem Wort wie Dankbarkeit. Also für uns ist das auch vollkommen klar. Wir sind ja selber auch Fans. Also wir mögen ja selber Musik. Nach dem Vor von Depeche Mode übrigens, by the way. Auch, ja. Also jetzt nicht mehr so, wie es früher der Fall war. Früher war das natürlich ein anderer Schnack. Und das Lustige ist, ich war vor, jetzt sind es bestimmt auch schon wieder, gefühlte acht, neun Jahre, war ich mit meiner Frau das erste Mal bei Depeche Mode. Sie hat die Band noch nie live gesehen gehabt. Und da habe ich zu ihr gesagt, du musst das mal erleben. Das ist nämlich was ganz Besonderes. Dann saßen wir an der Wuhlheide und ich habe für mich festgestellt, dass dieses Momentum, das ich früher gefühlt habe, ist nicht mehr so da. Ich liebe diese Band. Also auch vor allem, weil ich mit dieser Band groß geworden bin und weil sie mir unfassbare tolle Momente beschert hat. Und nach wie vor auch einfach auch tolle Songs dabei rauskommen. Aber es ist für mich nicht mehr so, wie es mal war. Und meine Frau konnte das natürlich auch nicht nachvollziehen, weil sie kennt dieses Gefühl nicht, wie es war, wenn du auf der Violator Tour warst und die dann diese Songs gespielt haben vor dieser fulminanten Videokulisse. Das kannst du heute gar nicht mehr nachvollziehen. Das ist heute einfach nicht mehr so. Aber es ist schon was Besonderes immer noch. Wir als Fans von Musik sind uns der Verantwortung bewusst, dass man auf der Bühne steht und den Fans auch das gibt, was sie gerne hören möchten. Und dazu gehört natürlich vollkommen klar, bei uns Great Commandment, Love is a Shield, Stranger Thoughts oft, also Sachen aus den ersten beiden Alben, aber auch Suspicious Love, Me and You, Sachen, die jetzt gewachsen sind in den letzten Jahren. Das spielen wir auf jeden Fall. Das muss gespielt werden. Und das ist auch für einen selber auf der Bühne eine ganz große Genugtuung und eine ganz, ganz große Freude, in die Gesichter der Fans zu gucken, wenn du diese Songs spielst. Weil die stehen da unten und es ist ein Leuchten, es ist eine Glückseligkeit, die man den Leuten präsentiert. Es ist so ansteckend. Das macht dich selber wieder so wahnsinnig glücklich. Und es gab Zeiten, wo uns das schwergefallen ist, also wo wir auch Great Commandment in einer Version gespielt haben, wo man echt nur denkt, wie bescheuert war denn das? Und heute denken wir einfach so, hey, vergiss es. Great Commandment ist Great Commandment und Love is a Shield auch. Und wie sie alle heißen, die Songs werden sowieso immer am Radio gespielt. Egal, was wir machen. Die führen so ein Eigenleben. Gib den Leuten, was sie möchten, dass sie den Song sofort wiedererkennen, dass sie darin aufblühen, dass sie abgehen wie das Zäpfchen. Und das ist toll, das macht Spaß. Könnt ihr denn von dem Erfolg dieser ersten Produktion immer noch gut leben? Nein. Nein. Also es ist ein sehr, sehr, sehr warmer Regen, der jedes Jahr herabfällt. Aber davon leben können wir nicht. Also dazu sind die Ansprüche des Lebens einfach zu groß geworden. Wir haben alle Familie, wir haben Verantwortung. Das geht einfach nicht. Und was habt ihr jetzt dazugelernt, um davon leben zu können? Taiko lebt hauptsächlich von Film- und Werbemusik. Olli ist Abteilungsleiter bei Universal Music inzwischen im Grafikbereich. Und ich mache schwerpunktmäßig Musik, habe aber auch ein ganz anderes Standbein aufgebaut, über das ich dann jetzt eben auch Geld verdiene. Wenn nicht Musiker, was wäre aus euch geworden? Also Olli ist gelernter Grafiker, der auch in dem Beruf arbeitet. Heiko ist gelernter Druckvorlagenhersteller, kommt also aus dem Grafikbereich und wäre dann wahrscheinlich auch in diesem Bereich in irgendeiner Form geblieben. Ich wollte ganz ursprünglich Pilot werden. So ganz klar. Ich wollte Bundeswehrpilot werden. Ich wäre sogar bereit gewesen, mich für, was weiß ich, 15 Jahre zu verpflichten. Das war allerdings, bevor es die Band gab. Und nachdem es die Band gab, habe ich dann Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, aus diesem Mechanismus rauszukommen. Also mit damals war es ja noch Wehrerfassung und was weiß ich, was alles. Und jetzt bin ich eben Musiker. Werdet ihr heute immer noch auf der Straße erkannt? Sehr selten. Sehr selten. Also wir hatten ein sehr nettes Erlebnis in Argentinien vor ein paar Jahren. Da sind wir durch ein kleines Dorf gelaufen und sind angesprochen worden, ihr seht aus wie Musiker. Was macht ihr denn für Musik? Und als wir dann die Band gesagt haben, dann haben sie uns sofort erkannt, weil Love is a Shield ist in Argentinien ein Hochzeitslied. Und das kennt da jedes Kind. Das ist so bekannt da. Das ist unfassbar. Und da haben wirklich dann die Kids angefangen, glaube ich, so shield zu singen. Aber so als Person an sich erkannt, nee, also nicht mehr. Die Sache ist vorbei. Das ist ganz, 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 ganz selten. Habt ihr eine spezielle Beziehung zu Berlin? Zu Berlin geliebt haben wir eigentlich schon immer. Also wir sind in den 80ern mit der Schule. Das war damals Pflichtprogramm. Da musstest du ja nach West-Berlin und musstest dir die Mauer angucken und was weiß ich was alles, rüber in den Osten gehen. Und Berlin war damals der totale Wahnsinn. Also es war einfach, heute ist Berlin Hauptstadt. Damals war das eine Insel. Da sind wir zu dritt auf einem Motorrad ohne Helm, den Kuhdarm runter und die Polizei hat nur mit dem Kopf geschüttelt. Heute wirst du vom Motorrad geschossen wahrscheinlich, wenn das passiert. Ich stand nackt, nur in der Unterhose begleitet, auf dem Weltbrunnen, um eine Wette für 50 Mark einzulösen. Diese Sachen sind heute natürlich nie mehr möglich, aber das prägt natürlich auch nach wie vor mein Bild der Stadt. Und ich lebe jetzt seit 99, Ende 99 hier und bin sehr, sehr glücklich und fühle mich hier nach wie vor sehr wohl. Die Tour beginnt am 19. März in München, führt uns über Stuttgart und ach du lieber Gott, Leipzig, Dresden. Wir spielen am 28. in Berlin und haben insgesamt 10 Konzerte erstmal in Deutschland und beginnen jetzt nächste Woche mit den heißen Live-Proben, wo wir dann eben anfangen zusammen zu spielen. Das endet dann in München mit dem ersten Konzert letztendlich und ich muss sagen, dass ich mich wahnsinnig darauf freue. Also jetzt, wir haben jetzt, die letzte Platte war 2006 und quasi seit 2006 haben wir sehr viel live gespielt und ich freue mich so, wieder neue Songs zu spielen. Also nicht in dem Sinne, wie du vorhin gemeint hast, wir werden zwar 7 Songs spielen vom neuen Album, aber da wir 20 Songs spielen, ist dann genug Platz für jede Epoche und jede Platte daraus dann Sachen zu spielen, die die Leute lieben und mögen. die Leute lieben, Untertitelung des ZDF, 2020